Hallo Nation, der große Star kommt zum BVB, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, Kenan Yildiz ist hierzulande seit seinem Tor gegen Deutschland ein Begriff. Scouts zweier Bundesligisten haben den türkischen Nationalspieler schon länger im Auge. Kürzlich verlängerte Velha den Vertrag des 18-jährigen Stürmers bis 2027. Der langfristige Verbleib hängt allerdings auch von möglichen Transferangeboten ab, wie die Gazeta Dello Sport berichtet, haben auch deutsche Vereine ein Auge auf Yildiz, der in der Jugendmannschaft des FC Bayern trainierte. Laut der italienischen Sportzeitung handelt es sich dabei um Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der dreifache türkische Nationalspieler steht auch auf der Liste von Premier League-Clubs wie Arsenal und Liverpool. Dem Bericht zufolge würde Juve lediglich Verhandlungsbereitschaft über eine mögliche Ablösesumme von 30 Millionen Euro signalisieren. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschieb. Und das ist eine Umrüstung.